... So Letzt Folgen haben wir Nachher im Livestream etwa 5 Stunden sind wir ein bisschen rumgegelt. Wir haben jetzt nicht, glaube ich, so Missionen gemacht, speziell. Aber wir haben ein wenig gelevelt. Wir sind auf das Abenteuerstufe 26. Und man sieht hier, wir haben einen neuen Typ. Das ist dieser hier. Hopp, jetzt legt es nachher. Hopp, jetzt legt es nachher. Weil er hat jetzt einen Zweihänder. Ich habe ihm gerade das Schwert gegeben, das Noël hatte vorher. Weil für Geo habe ich jetzt eigentlich sie. Und das Geile ist auch im Gegensatz zu ihm hier. Er ist zwar schneller zu Fuss, weil er grösser ist. Aber er kann nur mit seiner E. Einmal so ein Elementar, also so ein Frostschwall sozusagen machen. Also ein paar Gegner vor sich, maximal so zwei, drei oder in der Regel oft nur einen. Und dieser hier kann wirklich, wenn er seine E aktiviert hat, tonnenweise Leute mit Frost überziehen. Was halt ein bisschen optimaler ist. Zusammen mit ihr. Weil sie kann nachher viel bewässern. Dann kann er nachher viel frosten. Und so weiter. Und wir haben jetzt sie mit der Stangenwaffe. Ähm. Als Geo. Ähm. Und wir haben jetzt sozusagen alle Waffentypen. Also Stangenwaffe, Bogen, Breitschwerze, also Zweihänder. Und äh, gut sie hat jetzt nur ein Zauberbuch. Aber äh, die Animo, also die Chiara, die hat das normale Schwert. Und das verteilt, das ist gut. Ähm. Ja. Und jetzt gehen wir doch gleich mal weiter hier die Mission machen. Ähm. Und das ist, glaube ich, ein Legendenauftrag. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den vorher schon gehabt haben. Oder ob der erst jetzt, äh, neu hinzukommen ist, dass etwas im Stream auftaucht. Wegen Legenden oder so. Legendenaufträge. Ähm. Vielleicht hat es das auch mit Abenteurschraufen. Das tut, bin mir nicht sicher. Aber wir schauen es jetzt mal an. Jetzt ist leider schade. Ich glaube, sie ist fast die schnellste, weil er ist echt kleiner. Ähnlich. Ich bin sicher, dass sie sich nicht mehr an. Es gibt keine Obligation. Wir schauen uns den Liyue-Volumen des Tavang-Travel-Guide. Hast du das in Stalk? Entschuldigung, liebe. Wir haben das ein sehr lange Zeit gehalten. Es war einfach nicht... Aber das Monstat-Volumen war so interessant. Äh. Aber das Monstat-Volumen war so interessant. Äh. Das ist schade. Das Monstat-Volumen war eine gute Rede. Äh. Äh. Das ist ein besonderes Diary. Der Fakt ist, dass ich es nicht in Stalk habe. Wenn du es lebst, probierst du Glück auf Chang the 9th. Wer ist Chang the 9th? Ein Buch-Kollektor, der in Qingziu-Viläge wohnt. Er ist ein totaler Grouch. Aber er wird sich selbst verhalten, wenn die Gespräche über Bücher zu sprechen. Er war ein normaler Kunden hier, wenn er in Liyue-Harber. Und ich habe ihn immer noch ein bisschen ausgerüstertes Bücher. Er hat jemand gesagt, ausgerüstertes Bücher? Ist es eine Chance, dass das Vol. 6 von Legend of the Shattered Halberd auch in seiner collection ist? Entschuldigung, meine Liege. Wo sind meine Manners? Mein Name ist Xing Cho. Ein wunderschönes Literatur, der passiert, dass sie durchgegangen sind. Als Sie und ich beide in der Suche von verlassenen Bücher sind, was sagen wir, dass wir zusammengekommen in Mauch-Ching-Se, und eine Besuchung für Chang the 9th? Mein Lieber, liebe Buch-Kollektor. Das ist doch ein wenig weit. Das ist doch ein wenig weit. Teleportation, schöner Praktis. Ist es da? Nee, wie ich da hin? Ist es leicht oder was? Ähm, das ist echt noch ein Switerapeer. Was ist das? Ah, die Gäste mich schützt. Ja, und was willst du? Komm schon, schütze es! Wir haben, dass du viele verschiedene Buchstaben vorst. Und wir wollen den Leue-Volum des Tibetans. Mach mich nicht auf das Thema von meinen Buchstaben. Nachdem der Kasm geschlossen wurde, das Familienmining-Business angefangen zu gehen. Dann hat die Fethuli angefangen, um mich zu sabotieren. Um mich zu bezahlen, ich hatte keine Wahl, als zu schütze meine liebenen Buchstaben. Every letzte Buch. Hast du eine Idee, was das falsch ist? Das war mein Leben. Ich habe die ganze Leben gedauert, um... Es ist sinnvoll, zu schützern und zu schützern. Unless du hier noch ein anderes Geschäft bist, ich bin fertig mit dir zu sprechen. Bitte sag mir, dass du nicht schützert Vol. 6 von Legend of the Shatter- Das ist ein Titel. Ich habe... Was? Aber wir haben nicht! Das Werk war eine Epec definierende Ausstellung. Aber über die Zeit, es war das Werk, das zu definieren, den Genre des Martiales Arten. Ich habe keine Ede. 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 So, you like reading, huh? Hoho, amazing. I never saw that. Hello, Shang-Chung? No wonder this book is so highly sought. How can they bully poor old Shang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. Don't forget me. I'm in two. Oh, so now you can... The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Shang the Ninth ended up having to pawn it. And I'm in every word I said to Shang the Ninth. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest. Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take the... You're still here. You think no one's... I gotta hand it to the goofball clan. With your lack of numbers and talent, you make up for in guts. Oh, I'm sorry. Did I say goofball clan? There's a saying that goes. The insect that shakes the oak tree. Quit quoting proverbs at me. Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest... It's cute that you want to stick your neck out for shit, but you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Yuwa buddies wouldn't be able to help. I may be young, Marish, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Oh, great speed. Fight. Are you... Huh. Huh. No, my sword. The merrier. Body and mind. Time to act. Over here. Rain outlines your face. Good job team. Will you give me a spot? Yes. Is it this guy? Maybe he is. What's a appear in disguise? пес has an important piece. This is silly. Aber du besser aufhörst dich. Es wäre zu viel, dass sie ihre Sprache lernen würden. Ja. Aber ich versuche es zu vermeiden. Ich mag die Unvergleichheit, aber ich wünsche mir die Beobachtung für ihre Vergangenheit. Es ist kein... Sie sind weg von jetzt, aber sie werden wieder schauen, um mehr Probleme zu machen. Ich sehe, dass es kein Schmerz gibt, die mir die Kindheit zeigen. Es ist ein einfaches und unvergleiches... Es ist nicht wie die Patuhi, dass sie eine Beobachtung für eine Beobachtung machen können. Aber der Beobachtung von ihren Ehrenbein sagt, dass... Es muss ein weiterer Beobachtung sein... Er hat den Gentry Mautai erwähnt. Ich weiß diesen Namen. Er hat eine Städte in Liyue Harbour. Vielleicht die zwei von euch... Diese Idee funktioniert. Aber... Ich? Ich habe andere Dinge zu schauen. Mal sehen. Wir treffen uns bei Yu Jing Terra... Sie haben wirklich was zu tun? Wow. So, das ist so, wie es sich aussieht. Ugh. Dieser Mann ist so wunderschön. Panan nur will... Hm. Fine. Von jetzt auf. Du gehst erst mal. Du gehst erst mal. Eine andere Seite, und ich gehe und versuche meine Leger. Dann gehe ich in ihrem Boden. moet ich anwählen. Ich gehe in meinem hospitals? Wann unter? Ich gehe in pralte. Ich estne. Beuhh. Ich habe eine Teile aus. Du gehst noch nicht zu haben. Ich gebe in beden. Ich gebe nicht. Es ist ein Wannsum. Derihuac und hoff und der Personen. Ich gebe in die Ecke. Fischi, Fischi Sammler. So, Fischi, 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 Fischi. Vielen Dank für's Zuschauen! Also, wo ist er? Nein! Ich meine, ja, 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 du bist. Ich habe keine Offenheit. Bitte, glaub ich mir. Entschuldigung, Entschuldigung. Der Master ist gerade in Business Negotiations in Shinyue Kiosk. Ich bedanke mich für deine Merce, bitte. Mein Master wird mir keine Leninheit zeigen, wenn er herauskommt. Gut, mein Master hat viel mehr wichtig... Glücklich für dich, deine schlechte Attitüte wird... Danke, danke. Bitte dein Business... Gute Arbeit! Paimon, ich nie wusste, dass du so ein schwerer Negotiator bist. Ist das so? Jetzt Paimon weiß nicht, dass deine Wiley warten. Auf jeden Fall, scheint der VIP-Klient in Frage zu sein muss sein, dass die Fatui... In diesem Fall, wir gehen uns zum... Sieht, dass der Geschäft in der Shinyue Kiosk ist. Keiner sollte sich nicht erkennen, wenn wir da zusammenbauen. Aber in der Fall, wenn wir wissen, was für ein bisschen schädiges Geschäft sie sind, müssen wir bemerken. ... Vielen Dank. 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 I think she... There is no need for you to read the contents of the letter. This writing is super hard to read. Do you still... Okay. 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 That will put... Okay. So... Okay. All right. Okay. 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 Good day, my friend. Meine Apolosien, aber ich bin auf der Start. Bitte versuchen, nächste Woche. Oh, ich dachte, du warst hier um Snezhnayan Produkte zu kaufen. Nein, das habe ich noch. Obwohl ich es in alle Faktoren in Snezhnaya. Ich habe zu viel Hassel, nicht genug Rücktritt. Sorry. Was? Nein, nein, nein. Alles klar, ich werde es. Just clearly no shortage of cash flow in the end. Was? What Was? ised paying Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Zeit für Teleportieren. Das war's für heute. 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 Oh, da unten ist noch ein Chaos-Mager. Das war's für heute. 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 Und wenn wir zurückkommen, wir werden uns. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, wo genau, aber wenn ich nicht gut rauskriege, dann vielleicht... Vielleicht kannst du und... Vielen Dank! Das ist das, dann! Ich bin auf Wind und Cloud. Die Schmerzen der Götter Jetzt gerade zu mir Die Schmerzen der Götter 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 Die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen der Götter Die Schmerzen der Schmerzen der Götter Die Schmerzen der Schmerzen der Götter Die Schmerzen der 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 the final act in this drama would not be Du besser glaubst, dass wir diejenigen, die... Uh, well, natürlich, ich benutze die Zeit, um mich komplett in Lege-Divine Halberd und Ominous-Sword. Die Art, wie die Geschichte entwickelt sich über die ersten fünf Volumen. Nichts, außer dem Exemplar. Aber wie gegründet sind wir, dass dieser Autor so ein Gott grüßt unsere Welt... Und das ist mit der Gendry Mouth-Site? Das ist nicht. Aber wenn etwas überrascht die Erwartungen, zu so einer Art, muss man sich einen Appreizieren zeigen. Das war ziemlich gut. Danke. Ich hoffe nur, dass, als unser Plan erreicht, seine Denüme, es... Warum muss Paimon sein, der nicht wissen, was geht... Uh, also geht's, dann, erzähl... Ich denke, die Gendry Mouth-Site zu suchen, für Korlapis, alles... Er panikiert. Sinnen die Gäste, er kann nicht seine Kontrolle. Und wenn er nicht behebt, er hört ein Räumen, dass die Feiyun-Kommers-Gild ist das Kulprat. Panik! Trin-Site, Jinshi Mouth-Site ist ein enorm starker Fisch in der Geschäft. Also, egal ob es ein Räumen oder eine Räumen, die er sucht, er ist sicher, dass... Also, es war du! Du bist der... Ich bin überall, um zu finden, jemanden zu verkaufen, bis ich herauszunehmen, dass die Feiyun-Kommers-Gild war auf eine Verkaufnahme. Korlapis ist gar nicht ein Räumen, aber plötzlich... Wir sind nicht verabschiedet, sondern verabschiedet einen anderen, einen zu dem ich verabschiedet. War es nicht ein von deinen eigenen Mann, der sagte, dass das nicht vorbei ist? Du wirst sicherlich nicht wissen, was für dich gut ist. Ich werde nicht gegen die Böse-Kommers-Gild, wenn du bitte... Ich werde nicht gegen die Böse-Kommers-Gild, wenn du siehst, dass die Böse-Kommers-Gild... Ich werde nicht gegen die Böse-Kommers-Gild, wenn du siehst, dass siehst du... Ich werde nicht gegen die Böse-Kommers-Gild, wenn du siehst, dass siehst du nicht. So, besser... Hier wird halt besser... Komm, BAM! Ha! Und, ist dir jetzt etwas kalt? Ja, 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 ja. Ich mach dir jetzt. Da muss ich ein. Für dich ist ein mit meinen Mann! Du fühlst nicht da! Oh, meine ich! Nein, meine Sorte! Ich bin ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das stimmt, mein Liege. Ich bin Xing-Chou, Geistin des Gubblatts. Ich habe mich gespielt wie ein... ...Gentry Mautzai. Coerzion und Intimidation sind gar nicht die Attribute von einem Respektabel-Business-Mann. Ich schüttere zu denken, was die Fatui mit dir tun wird, wenn du deinen Korps-Lapis vergleichst. Du medlingstierst! Well, weiter geht's. Sag mir, was hast du für? Seitdem du gefragt hast, Chang-Nine, für 70 Prozent, wir kämpfen mit Feuer, mit Feuer. Drei Mal die Markets-Rate klingt fair, nicht wahr? Wie darfst du mich zu... ...durchschnittlich. Das ist eine einfache Entscheidung. Ich... Aufgrund der Feiyun-Kommers Guild, ich danke dir für dein Geschäft. Und hoffe ich... Du? Du? Funnig? So, das massive Stash of Mora, du... ...was aber nur ein Paltry-Sum. Ich habe mich zu machen, wenn ich den Gentry Mautzai in seinen Platz mache. Eine klassische 2-Birds-1-Stone-Situation. Du bist zu nett. Du hast Valor in deinem... Ich... Paimon's been calling you Boo-Hua Geek this whole time. Paimon read in one of these martial artist novels, that when rich heirs like you get angry at someone, you have their... Paimon's toll... ...and sorry, very sorry. ...und- 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 Es geht darum, es geht darum. Oh, ich habe nicht gedacht, dass du nicht bewusst bist. Danke dir in advance, dass du das Buch zurückgebracht hast. Ich werde... Okay, noisy story. Das Game gescannt. So. Oh, das geht. das ist Super-Wish now with Amber This morning the pawnbroker showed up, and I'm positive that you must have been behind this once again. Thank you. Please don't say that. The Chang family was a prestigious household in Liwa back in the day. Unfortuna- Since then, I've saved for years, hoping to restore the house to its former glory. Were it not for you, this barren wasteland in the mobile- Wow, that's the second air- I'm sorry, what? Uh, nothing. Oh! Wonderful. Legend of the Shattered Halpert. I was beginning to think that Gouhua, rascal, had swindled- Do people really look down- Actually, the art is centuries old, and was once held in highest- To instigate a revival, you need to eject some fresh blood, but it's hard to attract- In any case, Gouhua kids these days. Uh, what does it matter? Anyway, you wanted the- It's yours to keep. In addition, here is but a small token of appreciation for your huge- My ore is sold, and my treasured books have been- What? What was that? Pine-Line saw something- Oh, that blue rascal. Oh, that blue rascal. Ich habe eine Bambus zuhause. Fuck. So. In die Ecke, nein. So, jetzt stehen wir. Ich hoffe, ich müsste noch so ein Geo-Water sein, wo man den Stato öffnen könnte, weil er gerne könnte. Dort unten. So. 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 F**k, wenn der schön zusammen geht, schiessen Ich habe etwas für dich auch Das war's für heute. 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 Nice. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Not so good, not so good Okay, gotcha Oh, 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 oh. Nice. Warum sie? Was ist der Bewegel? Das ist noch gar nicht für uns, aber wir können es jetzt herkaufen. Ja. Ja. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. So. Wir haben uns wieder mal über eine Stunde herumgetümmelt. Zum Kerlblumen. I hate them. We can play it. Yesssir Ok, und somit Was steht da? Tagesmissionen und so weiter Legendenauftrag Ähm Also Upp Cut, Cut, Cut Ähm Immunerkrankung Ok Das ist so wie Tagesmission Plus Ähm Ich werde auch mal Tagesmissionen machen Und mich dann wieder Storymässig Vielleicht auch in Richtung Abenteuerstuf 28 oder so Oder auch Sonst einfach wieder mit Folgen zurückwäldern, aber ich denke Das machen wir jetzt noch einmal in einem Stream Und hier folgt Ist aber somit beendet Es ist Bis zum nächsten Mal Sonst 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 Vielen Dank.